Hey und willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online heute zusammen mit der Palette. Bewerte den Part und viel Spaß. Hallo, ich bin's. Hi Menjel. Nimmst du mich mit? Ja klar, komm rein in mein sexy Auto. Au! Das meinte ich nicht. Ich hab doch nichts... Wieso, was? Hä? Ich hab's doch kaum berührt. Du hast mich kaum berührt mit 500 kmh in mich rein. Hier, spring runter. Spring in mein Auto. Ja, okay, warte. In dein Auto. Ja, ich mach hier die Tür auf. Warte, bleib die offen. Ja und dreh dich einmal um 90 Grad. Nein, du springst einfach rein. Ich spring jetzt rein? Ja, spring rein. Ja. 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 Geil. Willst du fahren? Ja. Okay. Ach, das ist doch der, der super schnell ist, oder? Ja, und super hässlich. Der hat mir den Stinkelfinger gezeigt. Ach, das ist normal. Nein. Hä? Warte mal. Ich bin... Ich bin grad in der Ego-Perspektive, guck nach rechts und seh einfach niemanden. Was machst du denn da, Spanelle? Ja, der Tanklass. Kommst du hier? Oh. Ich bin das einfach exploded. Ja, okay. Kannst du ein bisschen weiter nach vorne? Ja, warte. Hier, komm, halt dich fest. Ja, ich halt mich fest. Sneak dich mal irgendwie hin. Wie soll ich mich denn hinsneaken, Alter? Ja, ne, ne, ne Waffe in die Hand nehmen und zielen. Okay. Ich glaube, das hilft. Okay. Oh, oh. Sie kommen. Los, ich werde, ich werde beschossen. Ich fahr. Perfekt. Sehr gut. Tschüss. Hat super funktioniert. Lass uns kurz rein. Ja. Ich chill hier mit meinem neuen Kollegen Francis. Francis? Ja, das ist... Francis. Schlag ein, Francis. Bro, geht's dir gut? Ach, guck mal, wir haben Francis rechts an dem Auto. Ja, ein bisschen von dem Klipp noch mal. Warte mal. Ich guck mal, ob der schon weggeräumt wurde. Sekunde. Äh, ob der weggelaufen ist, meine ich. Francis? Hä? Francis? Er ist einfach weggelaufen. Unglaublich. Sag doch, ihm geht's gut. Oh, er hat Geld verloren. Du hast da jemanden hinten fliegen? Nee. Ja, wohin wollen wir denn? Im letzten Part mit dir hatten wir ein kleines Problem mit deiner Freundin. Ach, wir haben immer Probleme mit Frauen. Ja. Lass uns in so ein reichen Viertel fahren und vielleicht können wir uns da... Neue Angeln. Ja, aber die muss reich sein. Die heiraten wir dann. Ach, wie bei Sims. Ja, ja. Ja. So, warte mal, ich ruf mal kurz meine Mutter an. Hast deine Mutter zufälligerweise lästert? Ja, ja. Okay. So, Mama, mach mal bitte weg. Ja, ich hab Angst. Ist sie reich? Oh, die sieht reich aus. Ja. Ultra, ne? Warte, geh hin. Ja. Die hat auch Geld in der Hand. Hat sie? Oh. Er bedroht sie, er bedroht sie. Nein, ich bedrohe sie nicht. Nein, nein, der hier. Ich hab ihm Angst gemacht. Warte, ich komm wieder. Oh, guck mal, sie bleibt sogar stehen. Hallo? Ich bin der Aslak. Nein, wieso? Warum rennst du denn? Oh Gott, sie ist gestolpert. Ich hab nichts gemacht. Was tust du da? Ich hab nichts gemacht. Hast du sie gerade mit deinem Fuß gestreichelt? Nein. Aber da, guck mal. Hey. Obwohl, nee, wow, what? Von Weitem sah das echt rich aus. Die ist ja hingefallen. Ich war das nicht. Was hat sie denn für Geräusche gemacht? Ich weiß es nicht, plötzlich hat irgendjemand geschossen. Sie hat auch gar kein Geld. Ah doch, da. Warte, ich guck mal, ob sie reich war. Alter, ernsthaft. Sie hatte 11 Dollar. Wir können das echt testen. Ach, wie reicht die? Ja, ja. Also ist dann zwar ein bisschen schade. Oh. Oh. Äh, kannst du mal kurz meine Mutter anrufen? Ja, warte. Hallo? Rufe ihm an. Hilfe. Ich, äh, oh Gott. Steig, steig rein. Ja, bin drin. Hab mich reingeportet. Hey. Ging ja schon immer, dass man hier durchfährt? Nee. Was? Hier durch so einen Busch. Ja, was haben die denn gemacht? Nein, das ging nicht immer. Hä? Ey, das Spiel verändert sich. Oh, genau da ist dann auf einmal Widerstand, ne? Ja, aber hier, guck mal. Ja, das ist normal. Das ist, glaube ich, normal. Es sieht zwar ultra verbuggt aus, aber es geht. Das ist mir nie aufgefallen. Ja doch, wir hatten auch mal so einen Busch in der Wüste, der so ultra nach oben gebackt ist, wenn man da reingefahren ist. Oh, oh. Was machen wir hier? Hey. Ah, was? Alter. Nein. Das ist riesig. Jetzt brauchen wir noch mehr Geld. Komm, steig aus, Paulette. Okay. Oh, ich lieg hier ein bisschen im Pool. Komm raus. Ja. Ich mach gerade mein Nilpferdchen. Mein Nilpferdchen. Guck mal. Hallo? Was machen sie da? Oh. Nein. Oh, 290 Dollar. Was? Ich bin scheinbar die heiße Schnitte. Und? Hallo. Hey. Hey, der war neu. War. Oh, oh. Nein. Ah, Mann. Das ist mir richtig aufgefallen. Nein. Hat der mir... Guck mal, wie cool wir in dem Auto aussehen. Er hat mir gerade den Mittelfinger gezeigt. Kannst du dich um ihn kümmern? Hä? Vor uns. Ach so. Ja, wusste ich doch nicht. Der fährt immer noch. Ja. Hallo? Ich glaube, ich habe ihn hier. Nee, warte. Ich habe ihn. Ich bin so ein kraster Typ. Er war vorher schon. Nee, nee. Oh, guck mal. Was geht der mit ihr? Sie hat ja voll den Afro. Oh, Gott. Oh Gott. Sie hatte voll den Afro. Ja, stimmt. Warte, war das so eine Reiche? Ich bin mir nicht sicher. 29 Dollar, ja. Alter. Stop Hacker? Stop Hacker. Was ist denn Hacker? Ich weiß nicht. Aber wo ist... Kann der Hacker nicht zu mir kommen? Aber ich schreibe es doch. Wo ist Kuba? Also Kuba. Genau, stimmt. Warte. Hä? Aber warte. Sekunde mal. Das ist kein anderer. Hacker Session. Stop Hacker Session. Nee, Session ist das auch nicht. Der kann einfach nicht schreiben, der Junge. Hier muss er sein. Oh, da. Er fliegt. Wie er... Hä? Was? Yo. Der Klischee. Noob Hacker. Learn to play. Da. Wo denn? Was ist hier gerade längst geflogen? Da, da hinten. Der wird schon wieder hochgeschossen. Oh, ich will auch. Mann. Warum darf ich nicht fliegen? Ich will auch so cool sein. Wie, der Oma einfach nur... Was ist denn los? Hey, jetzt... Wirft er mit Raketen oder was macht er da? Ja. Der Arme. Ah, ich bin mein Kuba. Ja, ich bin mein Wasser. Oh, ich möchte auch zum Wasser. Warte, ich kill ihn. Ich helfe dir, Hacker. Vielleicht hasst er mich dann, wenn ich... Ja, es beende. Warte. Ja. Hui. Yay. Yay. Oh. Geht er schon wieder zu ihm? Nee, oder? Er wird richtig gemobbt. Was hat er denn gemacht? Hä? Ah, er ist wieder in der Luft. Ah, ja, oder? Er schwebt. Warte, warte. Ich beende das. Ich rette ihn. Ja, ich sehe ihn da oben. Lol. Ja, ich auch. Ich auch. Komm, 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 komm. Fallschirm, Fallschirm. Oh mein Gott. Perfekt. Nein, nein. Nein, 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 nein. Lebe ich? Oh ja, Gott sei Dank. Oh, er ist... Okay, ich bin jetzt ein bisschen weiter weg. Du hast ihn umgebracht. Gerade, wo ich bei ihm bin. Ja, du meintest doch, du bist... Ah, bist du da in dem... Ja, perfekt. Komm hier runter. Dann springe ich auf dich. Okay. So, bleib da, bleib da. Okay. Fast. Wo ist Kuba? Bitte noch, me ban you. Me ban you. Oh. Alter, was? Einfach instant tot. Ja, der liegt ja wieder. Lol, immer noch. Alter. Aber was ist denn mit ihm los? Warte, ich beende das. Triggert ihn das jetzt? Den Hicker? Na, irgendwie nicht. Der geht ja nur auf den einen Typen. Aber warum? Er hört ja noch instant auf und geht wieder zu ihm. Naja, der wird da hinten schon wieder, warte? Du siehst schon wieder was? Ja. Das ist halt ultra lame. Also das Einzige, was er gerade macht, ist wirklich nur das mit dem Wasser. Ja, vielleicht hat er nur so einen lame Hack. Hicker, please stop. Er tut mir fast schon ein bisschen leid. Ja, instatt einfach die Lobby switch. Hä? Ja, das verstehe ich auch nicht. Da. Ich bin bei ihm. Gucken, ob auch der LKW hochgeschossen werden kann. Ah ja, mach mal. Nee. Oh. Hä? Kann ich... Loll, er versucht ihn wegzutragen mit dem Wasser. Damit er nicht abgeschossen wird, oder was? Cool, warte. Da. Ich werde auch nicht hochgeballert. Du hältst es echt auf. Ah, was? Loll. Hä? Ich bin auch hochgeflogen. Oh, Leute. Er macht's halt. Oh, Palutenhacker? Nein, Maden. Ich dachte, du wärst der Hacker. Hä? Okay, er hat jetzt ins in die Lobby geswitcht. Jetzt ist die Frage, ob... Wen sucht er sich jetzt aus? Ja, eben, ob der Hacker jetzt echt, keine Ahnung, ihm nachjoint oder so. Jetzt wüsste ich doch gerne, ob noch was passiert. Ja. Keinbar nicht. Na. Er hat einfach nur einen unbändigen Hass auf den einen Typ. Okay. Bewertet den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind alle verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.